In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wird es demnächst wieder extrem spannend beim Gerner-Clan. Kaum ist Wolfgang Baro nach zweimonatiger Pause, die er unter anderem im Urlaub in Bhutan verbrachte, wieder in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, zu sehen, schlittert seine Kultrolle, der Anwalt Jo Gerner, in das nächste Drama. Und das wird explosiv, wie der Schauspieler bereits im April im Interview mit RTL erklärte. GZSZ – Gerner gegen Lehmann In der neuesten Folge des offiziellen GZSZ-Podcasts spricht Baro mit seiner Serientochter Charlotte Reschke und Moderatorin Lorraine Rahr über Gerners Masterplan, Rosa Lehmann, Joanna Schümer, ihr Imperium abzunehmen. Denn dank Felix, Thaddeus Meilinger, Brief an Laura, Chrysanti Kawasi, weiß er, dass seine Erzfeindin die Lehmann-Bank zu Unrecht geerbt hatte. Bei Gerner geht sämtliche Beleuchtung an. Rosa hat ihm WL weggenommen durch miese Machenschaften. Jetzt kommt die Rache. Und weil Gerner sowieso immer hinter Rache her ist, ist das genau die Gelegenheit, um Rosa Lehmann eins auszuwischen. Und das will er jetzt auch tun, so Baro über den aktuellen Handlungsstrang. GZSZ – riskiert Gerner wieder eine Krise mit Yvonne. Doch auch auf Yvonne, Gieser-Zach, der er den gemeinsamen Urlaub wegen seines Vorhabens mit einer Lüge absagte, hat der Angriff auf Rosa Auswirkungen. Riskiert der Anwalt mal wieder seine Ehe? Baro im Podcast. Er wird versuchen, das Yvonne beizubringen. Aber wenn Gerner etwas tun will, dann tut er es und die Rechtfertigung kommt erst später. Er vermutet, dass er es wieder hinbiegen kann, wenn es so weit ist. Baro glaubt an die Beziehung. Die beiden sind total gegensätzlich und trotzdem funktioniert es. Man sagt ja nicht umsonst, dass sich Gegensätze anziehen. GZSZ – Gerner in Gefahr Ob sein Plan gelingt, will der Schauspieler im Podcast noch nicht verraten. Allerdings kündigt er an. Nachdem Gerner versucht, die Bank von Rosa zu bekommen, gibt es noch etwas, das ihm zustößt. Das könnte dafür sorgen, dass Johanna zum Racheengel wird. GZSZ – Charlotte Reschke hätte Lust auf mehr Action. Bisher weiß nur Katrin, Ulrike Frank, was Gerner plant. Charlotte Reschke hätte total Lust darauf, dass Johanna sich mal an den manchmal auch zwielichtigen Machenschaften ihrer Eltern beteiligt. Schließlich sei ihre Rolle die Nachfolgerin. Da ist Potenzial, sagt sie im Podcast. Ich fände das toll. Ich mag Drama sehr gerne. Action, Drama, Heulen und Blut, da hätte ich Bock drauf.